Der Dachdeckerbetrieb Dietrich Heinzen auf Sylt steht seinen privaten und gewerblichen Kunden seit über 40 Jahren mit einem umfassenden Leistungsspektrum bei Wind und Wetter zur Seite. Moin Moin von Sylt, Dirk Schnüffert mein Name, Dachdeckermeister von Beruf, das selbstständig seit 16 Jahren. Auf Sylt sind die Dächer starken Witterungs- und Umwelteinflüssen ausgesetzt. Deshalb stehe ich als Sylter Dachdeckermeisterbetrieb hinter der Qualität unserer Dächer, die den extremen Witterungsbedingungen der Insel trotzen. Ich persönlich lege großen Wert auf die Zufriedenheit meiner Kunden. Deshalb zeichnen sich unsere Dächer durch hohe Qualität und Beständigkeit aus. Ein zehnköpfiges, kompetentes und regelmäßig geschultes Team setzt sämtliche Arbeiten von Dachsanierungen inklusive Wärmeisolierungen oder Dachdurchsichten bis hin zu komplexen Neuerrichtungen um. Vom Betondachstein über Naturschiefer, Biberschwanzdächer, Zinkstebfalzdeckungen, Holzschindeldeckung oder Tondachziegel. Bei sämtlichen Arbeiten werden ausschließlich hochwertige Materialien von Markenherstellern fachgerecht eingesetzt. Dachdecker Dietrich Heinzen – bei uns hat Beständigkeit bei Wind und Wetter Vorrang.